Lernen ist einfach. Es ist wirklich einfach, wenn man wenig Zeit dafür braucht, also ganz viel lernen kann in ganz kurzer Zeit. Wenn man das Gelernte für immer behält, also immer wieder abrufbares Wissen hat, was man dann kombiniert. Wissen kombinieren heißt denken, dann kann man auch besser denken. Wenn man auch Freude daran hat, weil man zum Beispiel gute Zensuren bekommt und weil das Denken plötzlich Spaß macht. Und, ja, jetzt kommt das Letzte. Na, wo ist er? Ja, wenn man die einfachen Tricks dafür kennt. Und diese einfachen Tricks, darauf werde ich jetzt verweisen, also nochmal auf diese, es gibt hier eine Playlist, die Playlist hierfür, also die Tricks, wie man schneller lernt, besser lernt, das für immer behält, wie man Freude daran hat und ganz wenig Zeit dafür braucht, dass man nicht mehr so viel an Hausaufgaben setzt oder, 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 oder. Solche Dinge, die, ja, diese Tipps, die gebe ich hier, diese Tricks. Und ich hoffe, dass es euch gefällt, immer wieder neue Tricks zu kennen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr dazu schreibt, mir fällt noch ein Trick ein. Denn, der hilft auch. Ja, dann macht ein Video darüber, dann kann ich das hier mit einbinden. Oder ihr gebt mir kurz den Anstoß. Ich kann auch nicht alles wissen, aber ich lerne gerne dazu. Gut, dann hoffen wir mal, dass euch diese Playlist gefällt und, ja, dass ihr auch dann entsprechend kurz und knapp und vor allem sehr wirksam lernen könnt. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Freude hat man. Ganz sicher. Macht's gut. Tschüss.